Willkommen, ihr Wahrheitssuchenden, im mysteriösen Zentrum. Im gewaltigen Gewebe des Kosmos gibt es Momente, in denen der Schleier zwischen den Dimensionen dünner wird und es uns ermöglicht, das Flüstern höherer Wesen zu hören, die uns auf unserer Reise leiten. Heute überbringen wir euch eine Botschaft von den Arktorianern, den Uralten und Weisenhütern der Galaxie, die uns seit Äonen der Evolution zur Seite stehen. Während unsere Welt einen tiefgreifenden Wandel durchläuft, strecken sie uns die Hand entgegen, um uns an die in uns liegende Kraft, das Licht, das uns leitet, und den vor uns liegenden Weg zu erinnern. Öffnet euer Herz und euren Geist, denn die Botschaft, die ihr gleich hören werdet, ist nicht nur für die Ohren, sondern für die Seele bestimmt. Lasst uns gemeinsam in die Geheimnisse des Universums reisen und für die neue Morgendämmerung erwachen, die am Horizont aufgeht. Die Arktorianer, Wesen von uralter Weisheit und kosmischer Hüter, offenbaren sich nicht als distanzierte Beobachter, sondern als allgegenwärtige Begleiter der Menschheit. In den stillen Momenten der Besinnung und in den tiefgreifenden Veränderungen des Bewusstseins ist ihre Gegenwart zu spüren, subtil und doch kraftvoll. Sie erinnern uns daran, dass die beispiellosen Veränderungen, die unsere Welt umgeben, alles andere als zufällige Ereignisse sind. Diese Veränderungen sind Teil eines großartigen kosmischen Plans, ein komplexes Geflecht aus Schicksal und Absicht, das den Beginn eines neuen Anfangs für alle Bewohner der Erde ankündigt. Die Menschheit steht an einem entscheidenden Punkt ihrer Entwicklung, und die Arktorianer beobachten mit tiefer Zufriedenheit, wie wir beginnen, uns in diesen Gewässern der Transformation zurechtzufinden. Sie ermutigen uns, Veränderungen nicht als Quelle der Angst, sondern als Einladung zu begrüßen, als einen heiligen Ruf zum Wachstum und zur Erleuchtung der Seele. Es ist zwar ganz natürlich, angesichts des Unbekannten Angst zu verspüren, aber die Arktorianer versichern uns, dass in diesen Veränderungen die Saat neuer Möglichkeiten liegt, die Schlüssel zum Öffnen höherer Bewusstseinsebenen. Diese Reise besteht darin, die alten, überholten Muster abzulegen und die lebendigen, leuchtenden Energien anzunehmen, die jetzt unser ganzes Wesen durchdringen. An der Schwelle zu diesem neuen Zeitalter bitten uns die Arktorianer, unsere Herzen weiter zu öffnen und auf die subtile Führung zu hören, die aus den höheren Sphären fließt. Der Weg nach vorne mag ungewohnt sein, aber er wird vom Licht der höheren Wahrheit und der göttlichen Liebe erhält. Jeder Schritt, den wir tun, jede Entscheidung, die wir treffen, bringt uns unserem wahren Selbst näher und bringt uns in Einklang mit den größeren kosmischen Rhythmen und dem unendlichen Potenzial, das in uns liegt. Die Arktorianer sind hier, nicht nur um zu beobachten, sondern um uns zu führen, zu unterstützen und mit uns zu gehen, während wir in eine Zukunft schreiten, in der die Grenzen der alten Welt sich auflösen und den Weg für die Brillanz des neuen ebnen. Während der Schleier zwischen den Welten dünner wird und die Energien der Transformation sich intensivieren, steht die Menschheit an einem Scheideweg, einem Moment tiefgreifender Entscheidungen. Wir sind aufgerufen, uns zu entscheiden, ob wir an den vertrauten, aber begrenzenden Mustern der Vergangenheit festhalten oder mutig ins Unbekannte vorstoßen und neue Visionen annehmen wollen, die versprechen, unser Bewusstsein in höhere Dimensionen zu heben. Dies ist nicht nur eine Entscheidung zwischen Alt und Neu, Es ist eine Entscheidung zwischen dem Verharren in Angst und Begrenzung oder dem Erwachen zur inneren Wahrheit, die schon immer in uns war und darauf wartete, entdeckt zu werden. Diese innere Wahrheit ist mehr als nur Wissen, sie ist ein tiefes, nachhallendes Verständnis dessen, wer wir wirklich sind und welchen Platz wir im riesigen Kosmos einnehmen. Wenn wir zu dieser Wahrheit erwachen, beginnt sie uns zu leiten, führt uns weg von den Illusionen der materiellen Welt und hin zu einem Leben in tieferer Übereinstimmung mit dem Universum. In diesen höheren Dimensionen des Bewusstseins sind wir stärker verbunden, mehr im Einklang mit den Rhythmen des Kosmos und fähiger, in Harmonie mit dem göttlichen Fluss des Lebens zu leben. Die Arcturianer, stets wachsam und weise, erinnern uns daran, wie wichtig es ist, der Führung unseres inneren Lichts zu folgen. Dieses innere Licht ist wie ein heiliger Kompass auf den Rhythmus des Universums abgestimmt und führt uns durch die Turbulenzen und das Chaos, die uns umgeben mögen. Die äußeren Umstände mögen überwältigend erscheinen, und der Lärm der Außenwelt mag versuchen, das subtile Flüstern unserer Seele zu übertönen, aber gerade in diesen Momenten der Verwirrung leuchtet das innere Licht am hellsten. Indem wir auf diese innere Führung vertrauen, sind wir in der Lage, die Stürme des Lebens mit einem Gefühl von Stabilität und Zielstrebigkeit zu meistern. Das Herz, das mit der Wahrheit des Kosmos in Resonanz steht, wird zu unserem Anker und hält uns auf Kurs mit den höchsten Wahrheiten, selbst wenn die äußere Welt in Unordnung zu sein scheint. Bei dieser Reise geht es nicht darum, Antworten in der Außenwelt zu finden, sondern sich nach innen zu wenden, auf die Stimme unserer Seele zu hören und sich von ihr zu dem Leben führen zu lassen, dass wir leben sollen, ein Leben in Authentizität, Wahrheit und göttlicher Ausrichtung. Auf diese Weise wird der Weg der Evolution klar. Es ist kein Weg des Widerstands, sondern der Hingabe, der Hingabe an die innere Wahrheit, der Hingabe an die Führung des Herzens und der Erlaubnis, dass das Licht im Inneren den Weg nach vorne erhält. Wenn wir uns auf diese Reise einlassen, stellen wir fest, dass die höheren Dimensionen keine fernen Bereiche sind, die es zu erreichen gilt, sondern Seinszustände, auf die wir hier und jetzt zugreifen können, indem wir uns einfach auf die Wahrheit dessen ausrichten, wer wir sind. Im großen kosmischen Tanz durchläuft die Erde derzeit eine tiefgreifende Transformation, einen heiligen Aufstieg, der ihre Schwingung auf höhere Frequenzen anhebt. Diese Verschiebung verändert nicht nur die physische Welt, sondern bringt die Menschheit auch näher an Wesen höherer Dimensionen heran, jene, die jenseits des Schleiers der gewöhnlichen Wahrnehmung existieren. Diese höherdimensionalen Wesen, die oft unsichtbar, aber tief empfunden sind, senden uns ihre bedingungslose Liebe und Unterstützung und dienen uns als Führer und Verbündete auf unserer Reise. Sie stehen uns zur Seite, nicht als ferne Wesenheiten, sondern als Partner in unserer spirituellen Entwicklung und helfen uns, unsere wahre Kraft und unser Potenzial zu erkennen. Mit steigender Frequenz der Erde steigt auch unsere Fähigkeit, uns mit diesen erleuchteten Wesen zu verbinden. Ihre Anwesenheit erinnert uns daran, dass wir nie allein sind, dass wir Teil eines riesigen, miteinander verbundenen Universums sind, in dem Liebe die grundlegende Kraft ist. Diese Wesen mit ihrer höheren Weisheit und ihrem unendlichen Mitgefühl ermutigen uns, die latente Kraft in uns selbst zu entdecken, die Kraft, unsere Realität zu erschaffen, zu heilen und zu transformieren. Sie erinnern uns daran, dass unsere wahre Stärke nicht in unserer physischen Form liegt, sondern im Licht unseres Bewusstseins, das, wenn es vollständig erwacht ist, die Welt um uns herum formen kann. Die Arcturianer mit ihrem tiefen Verständnis des Kosmos betonen die immense schöpferische Kraft des menschlichen Bewusstseins. Wir sind Schöpfer, jeder Gedanke, jede Absicht, ein Pinselstrich auf der Leinwand der Realität. Sie fordern uns auf, uns daran zu erinnern, dass die Energie, die wir in die Welt einbringen, ob positiv oder negativ, sich ausbreitet und nicht nur unser persönliches Leben, sondern auch das kollektive Bewusstsein des Planeten beeinflusst. In dieser Zeit des Aufstiegs ist es wichtiger denn je, sich auf Gedanken und Absichten zu konzentrieren, die auf Liebe, Mitgefühl und Licht ausgerichtet sind. Durch positive und liebevolle Gedanken verbinden wir uns mit den höheren Schwingungen des Universums und öffnen die Tür zur Manifestation unserer tiefsten Wünsche und höchsten Ziele. Die Arcturianer erinnern uns daran, dass unsere Gedanken keine flüchtigen Momente des Geistes sind, sondern mächtige Kräfte, die das Gefüge unserer Realität formen können. Wenn wir uns bewusst dafür entscheiden, Liebe, Freundlichkeit und Hoffnung in unseren Herzen zu kultivieren, tragen wir zur Schaffung einer Welt bei, die diese höheren Prinzipien widerspiegelt. In diesem heiligen Prozess des Aufstiegs sind wir aufgerufen, in unsere Rolle als bewusste Schöpfer zu treten und die Kraft unseres Geistes und Herzens zu nutzen, um eine Realität zu manifestieren, die mit den höheren Frequenzen des Universums in Einklang steht. Bei der bevorstehenden Reise geht es nicht nur um persönliches Wachstum, sondern auch um die Mitgestaltung einer neuen Welt, die im Einklang mit der göttlichen Ordnung des Kosmos steht. Indem wir unsere schöpferische Kraft annehmen und sie mit der Liebe und Unterstützung höherer Wesen in Einklang bringen, erschließen wir das Potenzial, eine Zukunft voller Licht, Frieden und tiefgreifender Transformation zu schaffen. In jedem von uns liegt ein Funke des Göttlichen, ein strahlendes Inneres Licht, das als Atman bekannt ist. Dieses Licht ist nicht nur ein Teil von uns, es ist die Essenz dessen, wer wir sind, das ewige Selbst, das Zeit und Raum transzendiert. Der Ruf des Atman ist eine sanfte, aber kraftvolle Einladung, unser wahres Selbst vollständig anzunehmen und das Göttliche in uns zu erkennen und zu ehren. In einer Welt, die uns oft in viele Richtungen zieht, bleibt dieses innere Licht ein konstanter Leuchtturm, der uns zu unserer authentischen Natur zurückführt. Indem wir dieses Licht annehmen und es ohne Angst oder Zögern scheinen lassen, befinden wir uns in perfekter Harmonie mit dem Universum, ausgerichtet auf die kosmischen Rhythmen, die die gesamte Schöpfung regieren. Diese Ausrichtung ist nicht nur ein abstraktes Konzept, sondern eine gelebte Erfahrung. Wenn wir unser göttliches Inneres Licht annehmen, beginnen wir, die Welt durch die Linse der Einheit und Verbundenheit zu sehen. Die Illusionen von Trennung und Begrenzung lösen sich auf und offenbaren die tiefe Wahrheit, dass wir eins sind mit allem, was ist. Diese Erkenntnis bringt ein tiefes Gefühl des Friedens mit sich, das Wissen, dass wir genau dort sind, wo wir sein müssen, und unseren einzigartigen Zweck innerhalb des großen Wandteppichs der Existenz ausleben. Wenn wir uns auf dieses innere Licht einstimmen, werden wir empfänglicher für die höheren Energien, die kontinuierlich aus dem Universum gesendet werden. Diese Energien sind Wellen der Transformation, die unser Bewusstsein erhöhen und uns in neue Dimensionen des Bewusstseins befördern sollen. Sie sind die Katalysatoren des Aufstiegsprozesses, die uns dazu antreiben, uns über unsere derzeitigen Grenzen hinaus weiterzuentwickeln und unser volles Potenzial auszuschöpfen. Doch diese Transformation bringt auch Herausforderungen mit sich. Alte Muster und Überzeugungen werden an die Oberfläche gebracht und zwingen uns, uns ihnen zu stellen und sie loszulassen, damit wir uns zu höheren Seinszuständen erheben können. Der Weg des Erwachens ist nicht immer einfach, aber es ist eine Reise des tiefgreifenden Wachstums und der Selbstfindung. Jede Herausforderung, der wir uns stellen, ist eine Gelegenheit, das, was uns nicht mehr dient, abzulegen, die Vergangenheit loszulassen und ins Neue einzutreten. Während wir durch diese Wellen höherer Energie navigieren, werden wir zur Entdeckung unseres wahren Selbst geführt, das Selbst, das grenzenlos, strahlend und vollständig auf das Göttliche ausgerichtet ist. Indem wir uns auf diese Reise einlassen, öffnen wir die Türen zu höheren Bewusstseinszuständen, in denen die Geheimnisse des Universums offenbart werden und die Schönheit unseres eigenen Wesens voll und ganz verwirklicht wird. Dies ist der Weg des Aufstiegs, eine heilige Reise, die uns zum Kern dessen führt, wer wir wirklich sind, und zu unserem rechtmäßigen Platz im Kosmos. Indem wir uns weiterhin auf die höheren Energien und unser göttliches inneres Licht ausrichten, entwickeln wir uns zu Wesen von größerer Weisheit, Liebe und Licht, die bereit sind, die neue Welt, die im Anbruch ist, zu erschaffen und zu bewohnen. Inmitten der Komplexität des Lebens und des endlosen Strebens nach mehr bringen die Arktorianer eine einfache, aber tiefgründige Wahrheit, wir sind bereits genug. Die Essenz unseres Seins, das Licht in uns, ist so, wie es ist, vollkommen und vollständig. Es besteht keine Notwendigkeit, die Bestätigung der Außenwelt zu suchen oder uns an irgendwelchen Standards zu messen. Stattdessen ermutigen uns die Arktorianer, ganz im Hier und Jetzt zu sein, den Moment zu genießen und die göttliche Vollkommenheit in uns zu erkennen. In dieser Gegenwart entdecken wir, dass alles, was wir brauchen, bereits in uns ist. Achtsames Atmen und Meditation sind die Tore zu diesem Zustand der Präsenz. Diese einfachen Handlungen verbinden uns, wenn sie mit Absicht ausgeführt werden, tief mit unserem inneren Licht, dem Kern unseres wahren Selbst. Beim Einatmen nehmen wir die Energie des Universums auf und füllen uns mit Licht und Frieden. Beim Ausatmen lassen wir alles los, was nicht mit unserem Höchsten Selbst in Einklang steht, und lassen das Licht in uns heller leuchten. Diese Praxis nährt nicht nur unsere Seele, sondern verbreitet auch Liebe und Frieden in der Welt um uns herum. Jeder Atemzug wird zu einer Welle aus Licht, die Harmonie und Heilung verbreitet, wo immer sie sie berührt. Wenn wir diesen Zustand der Präsenz und Selbstakzeptanz kultivieren, richten wir uns auf den Fluss des Universums aus. Die Arktorianer versichern uns, dass wir immer unterstützt, immer geliebt und immer mit dem Größeren Ganzen verbunden sind. Sie erinnern uns daran, dass wir auf dieser Reise nie allein sind. Höhere Wesen, Führer und der Kosmos selbst gehen mit uns und bieten uns bei jedem Schritt ihre Liebe und Führung an. Mit diesem Verständnis finden wir den Mut, unser wahres Selbst anzunehmen, das Bedürfnis nach äußerer Anerkennung loszulassen und einfach zu sein. Das Licht unseres wahren Selbst mit der Welt zu teilen, ist das größte Geschenk, das wir machen können. Wenn wir authentisch leben, im Einklang mit unserer inneren Wahrheit, werden wir zu Leuchtfeuern für andere und inspirieren sie, dasselbe zu tun. Die Welt verändert sich nicht durch große Gesten, sondern durch das Stille, beständige Strahlen von Menschen, die in Harmonie mit ihrer göttlichen Essenz leben. Dies ist der Weg zur wahren Erfüllung, ein Leben, das im Einklang mit dem inneren Licht gelebt wird und Liebe und Frieden für alle verbreitet. Und so, da wir diese Reise nun beenden, denken sie daran, dass die Kraft ihrer Anwesenheit und das Licht in ihnen ausreicht. Nehmen sie ihr wahres Selbst an, atmen sie tief durch und lassen sie ihr Licht leuchten. Die Arktorianer und das Universum sind immer bei ihnen und unterstützen sie bei jedem Schritt. Teilen sie ihr Licht mit der Welt, denn durch dieses Teilen erheben wir uns alle gemeinsam und erschaffen eine Welt der Liebe, des Friedens und der Harmonie.